Also, passen Sie auf, wir machen nochmal den euklidischen Algorithmus an diesem Beispiel hier durch. Und zwar machen wir es jetzt mal tabellarisch und dann sehen Sie, welches enorme Potenzial in diesen Überlegungen steckt. Also, wir haben A, B und R haben wir normalerweise im Hingeschriebenes, Q haben wir vergessen oder haben wir weggelassen und gesagt, dann brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir es aber. Ich würde empfehlen, wir schreiben es mal dazu. Q und R. So, also das können wir erstmal abschreiben. 128 und 34 sind A und B. Das Q ist 3 und R ist 26. 34 und 26. Q ist 1, einmal 26 und dann bleibt der Rest 8. 26 und 8. 8 geht dreimal rein, bleibt der Rest 2 und 8 und 2, da ist mein Q 4 und der Rest 0. Okay. Und wir wollen in jeder Zeile jetzt folgendes haben. Der GGT von A und B ist gleich A mal XI plus B mal YI. Also wir wollen den GGT als Linearkombination jeweils dieser A's und B's darstellen. Und wir arbeiten uns von unten nach oben. Das bedeutet, wir beginnen diesmal in der letzten Zeile. Wir könnten auch in der vorletzten beginnen. Hier haben wir auch schon den GGT ja letztlich da oben ganz einfach extrahiert. Und wir haben gesagt, 26 minus 3 mal 8. Aber wir beginnen mal in der untersten Zeile, das ist ein Sonderfall. Aber damit lässt sich dann auch einfach weiterarbeiten. Wenn ich 2 darstellen will als Linearkombination von 8 und 2, was mache ich? 0 mal 8 plus 1 mal 2. 0 mal 8 plus 1 mal 2 ist 2. Jetzt arbeiten wir uns von unten nach oben. Aus der untersten Zeile da oben haben wir extrahiert, dass unser neues XI das alte YI plus 1 ist. Da steht AI mal YI plus 1. Das ist ja das XI. Und wir haben extrahiert, dass das neue YI das alte XI plus 1 minus QI mal YI plus 1 ist. So. Das ist jetzt eine etwas umständlich abstrakte Regel. Wenn man das aber internalisiert hat, wie man da jetzt vorgehen muss, dann geht es relativ flugs. Das neue XI ist das alte YI plus 1. Einfach das da rüber. Das neue YI plus 1 ist das alte XI plus 1. 0 minus das QI. Das QI steht in dieser Zeile hier. 0 minus 3 mal das alte YI plus 1. Also 0 minus 3 mal 1. Ich schreibe es mal explizit hin. Normalerweise macht man das im Kopf. Ich schreibe es nochmal hin. 0 minus 3 mal 1 ist gleich minus 3. Also müsste gelten, 1 mal 26 minus 3 mal 8 ist gleich 2. Stimmt, ne? Steht da oben, ganz oben. 1 mal 26 minus 3 mal 8. Hier oben steht 1 mal 26 und minus 3 mal 8. So, und jetzt müssen wir noch weitermachen, ne? Das da rüber, minus 3. Unser neues XI ist das alte YI plus 1. Und das hier ist das alte XI plus 1. 1 minus 1 mal minus 3. Also mein altes XI plus 1, 1 minus. Mein QI ist 1 mal mein altes YI plus 1, minus 3. Was steht hier? Ist gleich 4. Schauen Sie oben. 2 ist gleich minus 3 mal 34 plus 4 mal 26. Stimmt. Das haben wir auch schon vorhin rausgekriegt. Minus 3 mal 34 plus 4 mal 26. So, und jetzt machen wir mal die letzte Zeile. Das darüber, 4. Und die neue Zeile, das neue YI ist das alte XI plus 1 minus 3. Minus das QI, 3 mal dem alten YI plus 1. 4 ist minus 4 ist minus 15. Genau das haben wir auch rausgekriegt. 2 ist gleich 4 mal 128 minus 15 mal 34. So. Aus dieser Zeile können wir jetzt schließen. 2, der GGT ist gleich 4 mal 128 plus minus 15 mal 34. Damit habe ich den GGT als Linearkombination von A und B dargestellt. Ich führe den euklidischen Algorithmus tabellarisch durch. Nimm das Q mit. Das ist ganz sinnvoll, weil ich das bei der Rückwärtsrechnung brauche. Wenn ich den gemacht habe, schreibe ich mir hier unten 0 und 1 hin. Der 0 mal A plus 1 mal B ist gleich B und das ist gerade an der Stelle der GGT. Und dann gehe ich von unten nach oben, nehme immer diesen Wert darüber und rechne bei dem anderen Wert hier diesen Wert minus diesen Wert mal diesen Wert. Und so arbeite ich mich nach oben und habe letztlich mein X und Y gefunden, dass ich ran multiplizieren muss an A und B, um auf den GGT zu kommen. Toll, ne? Muss man ein bisschen üben. Ist klar. Nehmen Sie sich zu Hause mal ein paar Zahlen, machen Sie einen klinischen Algorithmus, rechnen rückwärts und gucken, ob es stimmt. Es ist klar, das klappt immer so. Das klappt immer so. Insbesondere in dieser Zeit lasse ich den GGT immer darstellen als Linearkombination von A und B. Und durch das Rückwärtsarbeiten, das klappt auch immer. Da kann nie ein Fall auftreten, wo man sagt, oh, das klappt nicht. Das heißt, letztlich ist das hier ein konstruktiver Beweis, dass das immer funktioniert. Also wir können aufschreiben. Die diophantische Gleichung. A mal X plus B mal Y ist gleich der GGT von A und B ist immer lösbar. Der erweiterte euklidische Algorithmus liefert eine Lösung. Nennen Sie mal X0, Y0. X0, Y0 ist die Lösung, die der euklidische, erweiterte euklidische Algorithmus liefert. Wir haben ja vorhin festgestellt, da oben gab es jeweils bei den Anfangsgleichungen, wie wir hatten, immer unendlich viele Lösungen. Insofern müssen wir noch überlegen, wie finden wir die anderen. Aber die haben wir schon mal gefunden. Okay, gibt es an der Stelle erstmal Fragen? Dann würde ich vorschlagen, Sie nehmen sich mal zwei Zahlen, A und B, und probieren das mal aus. Und in der Zeit muss ich die Tafel wischen, weil wir brauchen gleich ganz viel Tafel. Also entspannen Sie sich, machen Sie das Fenster nochmal einen Moment auf. Ich wische die Tafel, lasse es trocknen, Sie haben Zeit, es mal auszuprobieren. Und dann machen wir weiter.